So, hallo und herzlich willkommen hier noch zu einer neuen Folge Automation Empire. Freut mich, dass du dich eingestellt hast. Ich war jetzt mal so frei und habe das Ganze hier weiterlaufen lassen und die Forschungspunkte hier unten gesammelt. Das heißt, die Züge hier sind jetzt fertig. Wir schalten die mal frei und dann sollten wir jetzt auch Züge bauen können. Wir gucken mal, jawohl, auch hier Eintritt dient als Einstiegspunkt für Züge. Die in die Kolonie einfahren, um vorhandene Ressourcen zu kaufen, muss in der Nähe anderer Eisenbahntunnel gebaut werden, falls bereits andere gebaut wurden. Das heißt, auch die müssen wieder nebeneinander stehen. Da müssen wir erstmal gucken, wie die funktionieren. Und, ähm, geht sie unten weiter? Nein, hier ist Ende, ne? Mal gucken, ja, hier ist Ende. Also, so nicht, muss in eine Klippe gebaut werden. Das heißt, die müssen hier reingebaut werden. Da müssen wir uns mal überlegen, wie viele Züge wir bauen wollen, beziehungsweise, ich glaube, wir machen die alle kompakt dann hier hin. Jetzt mal anfangen. So, den könnt ihr ja dann schon hier so rein. Oder wir fangen in der Mitte an. Ich würde sagen, wir fangen in der Mitte an. So, guck, der Eingang geht hier rein. Der Ausgang dann irgendwo hier raus, so in die. Weil das können wir ja machen, ne? Testen wir das jetzt erstmal. Und dann müssen wir gucken, wie die beladen werden und so weiter. Und wie viel die bringen, ne? Weil wir wollen natürlich in der nächsten Stufe dann auch jetzt das Öl freischalten. Dafür müssen wir erstmal wieder auf 12.000 kommen. Müssen wir gucken, was wir produzieren. Goldtreibstoff müssen wir auch noch gucken, wie viel wir da, oder wie wir den herstellen erstmal. Ich habe keine Ahnung, wie wir den herstellen. Jetzt verbinden wir das hier erstmal mit Schienen, würde ich sagen. Was ist das hier? Zug Silo überträgt Ressourcen aus dem Silo in vorbeifahrende Eisenbahnbaggons. Enthält 16 Kisten eines bestimmten Ressourcentyps. Okay. Ah, das brauchen wir bestimmt so da drüber. Aber erstmal die Schienen selber, ja? Erstmal die Schienen selber. Wir sehen schon, die haben hier große. Pass auf, da das gerade sein muss. Fangen wir mal hier oben an. So, machen wir erstmal gerade. So. Bis wohin geht's? Sehen wir schon was? So, sollte passen. So, und jetzt so hier dran. Jawohl, so. Da sehen wir dann schon schön, wo tun wir das einladen. Ich würde mal sagen, hier. Wie viele Waggons können wir jetzt pro Zug nehmen? Kann ich das hier auch sehen, wenn der kommt. Wahrscheinlich, ach, kein Strom. Kein Strom. Da wir das hier eh neu machen müssen. Erstmal die Frage, nehmen wir normale Sachen hier, oder machen wir direkt wieder Stahl? Weil wir haben hier ja Kohle und Eisen. Könnten wir beides machen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal, wir haben ja auch eine Million noch, das ist gut. Erstmal machen wir jetzt hier Strom. Ne, da wollten wir ja ein Ding jetzt hin machen, ne? Dann packen wir das erstmal hier so hin. So. Für Strom, ja? Von hier aus können wir das so anschließen. Müssten wir. Boah, das nervt mich auch so ein bisschen, dass die alle immer so kurz sind hier. Die Strommasten. Die hätten sie ruhig länger machen können. Hinten braucht keinen Strom oder hat der Strom? Der braucht keinen Strom. Okay. So, als nächstes gucken wir. Hui. Da kann ich jetzt nicht draufklicken wie bei den anderen, um zu gucken, wie viele Waggons der hat. Weiß es nicht. Würde gerne warten, bis der Zug da kommt. Oh, das dauert aber. Das dauert. Okay. Dann gucken wir in der Zwischenzeit schon mal nach dem Silo. Können wir also einfach draufstellen. Testen wir mal eins hier zum draufstellen. Dann müssen wir hier neben ein Großes machen. Oder könnten wir ein Großes machen? Das ist die Frage. Reicht ein Kleines oder sollen wir ein Großes machen? Ha. Ha, 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 ha. Großes direkt hier dran, so. Dann könnten wir auf jeden Fall zwei nehmen. Ich weiß halt nicht, wie viel, wie lang der Zug ist. Das möchte ich gerne wissen. Das warten wir jetzt mal kurz ab und gucken, wie viele Waggons der da hat, die beladen werden. Ich habe echt keine Ahnung. Wir werden dann sehen. Dann könnten wir hier nämlich Stahl wegbringen, weil Stahl bringt ja 2496. Kohle bringt mehr, aber Stahl wiegt, glaube ich, mehr. Wollen wir das nochmal gesehen? Hier. Stahl wiegt 13 Kilo. Kohle, Eisen 1 Kilo, 1 Kilo, 10 Kilo, 10 Kilo. Also es wiegt definitiv mehr. Wie viele sind das? Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, wir könnten hier so vier Stück nebeneinander bauen. Gleichzeitig. Der wird jetzt noch nicht beladen werden, schätze ich mal. Das heißt, schätze ich mal, kann er ja gar nicht, weil er ja leer ist. Na, aber nicht gerade schnell. Muss ich ja mal sagen. Okay, also halten wir fest, vier Stück. Vier Stück. Wenn wir die jetzt natürlich, dann können die auch nicht. Pass mal auf, der kommt dann gleich nochmal weg. Dann machen wir das nochmal hier hin. Ich jetzt sage so, einer in die Mitte, einer in die Mitte, einer in die Mitte, einer in die Mitte. So würde ich das jetzt machen. Jetzt haben wir natürlich nur das Problem. Garantiert, wenn der Zug hier ankommt, macht er mit dem hier den ersten voll, den zweiten voll, den dritten voll, den vierten voll, so lang, bis halt der erste leer ist. Und erst dann geht er zum zweiten. Aber wir lassen das mal so. Wir lassen das mal so. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Jetzt ist halt, ähm, kriegen wir das irgendwie hier so in der Fabrik? Wir haben das nochmal hier hinten gemacht mit dem, mit dem Stahl. Der ist ja sehr, sehr klein hier, muss man sagen. Da kommt nur Stahl raus, dann muss der Stahl hier rein. Das können wir ohne Probleme machen. Dafür brauchen wir ja nur Kohle und Eisen. Eisen, pass auf, dann machen wir jetzt folgendes. Sekunde mal bitte. So. Wo war sie? Wo war sie? Hier hinten, da ist der Zug. Da machen wir jetzt eine Fabrik hin. Ja. So. Erstmal kommt hier folgendes hin. Die müssen einsammeln hier. So. Rein da. Geht so rum, ne? Ja. 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 So kann er das alles aufsaugen. Da bin ich mal gespannt, wie viel das mehr gibt. Jetzt machen wir hier eine Fabrik hin. So. Wie groß machen wir die am besten? Hm. Am besten. Längs. Sagen wir mal so groß. Die Größe spielt ja keine Rolle. So. Jetzt müssen wir, aber das hier wird im Leben nicht reichen. Für den ganzen Strom. Jetzt holen wir hier auf jeden Fall das ganze Erz. Sammeln wir ein. Erstmal, da brauchen wir ja auch wieder den ganzen Käse. Oh, das ist immer. Ja. Aber wir wollen ja vernünftig alles einsammeln. So. Jetzt kommt das hier dran. So, 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 so. Und hier hinten machen wir dann einen großen für Erze halt. So. Gerade gucken, wie ich das machen möchte. Weil hier unten möchte ich auf jeden Fall eine Reihe freilassen. Für ganz viele von unseren Bauten da. Für die Stahlplatten. Dass wir das alles voll kriegen. Dann können wir ja auch noch einen zweiten Lauf machen. Für... Für den zweiten Zug und so weiter und so fort. Das wird schon schief gehen. Das wird schon schief gehen. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier alle rauslassen. Raus. 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 Einmal schienen, bitte. Und zwar von... Von hier so rum. So rum. Ups. So rum. So rum. Hier unten lang. So und so. Dann können wir hier nämlich ein Tor reinmachen. So. Einmal die Schienen hier lang. So. Geht das hier wieder raus? Das geht hier wieder raus. Okay. Dann können wir hier wieder das Tor reinmachen. Äh. Tor. Keine zweite Fabrik. So. Dann hätte ich gerne... Ähm. Wo ist es? Hier. So weiter. Aber das wird jetzt hier nicht passen. Nein. Wird es nicht. Dann müssen wir hier so arbeiten. So. Und so. Hier kann man dann wieder so arbeiten. Und... So. Dann kann der die hier alle vier einsammeln. Wir holen uns schon mal den Strom. Der hat Strom. Der hat Strom. Der hat Strom. Der hat Strom. Das sieht so bescheuert aus mit dem Strom. Aber was willst du machen? So. Als nächstes... ... ... ... ... ... ... Dann können wir hier in die Mitte machen folgendes. Und zwar wieder so ein Röhrchen. So. Da kommt jetzt unser Kollege dran. Der Kistenhersteller. So. Lass noch mal gucken, dass ich das genauso mache wie hier hinten. Und nicht wieder irgendwas verkehrt mache. Weil es soll ja fluppen. Ne? Es soll ja fluppen. So. Hier haben wir das Dreck komplett gemacht. Zur Kohle. Sonst packt er die Kohle nur in Kisten. Ne? Das wollen wir natürlich nicht. Okay. Also brauchen wir eine komplette Straße. Aber ja. Einmal hier rein. Wieder so kurz, wie es nur geht. Einer macht Dreier, ne? Das heißt, wir müssen jetzt hier mal wieder gerade... ...den nehmen. So. Ne, zwei waren es hier. Dann müssen wir die nehmen. Auf jeden Fall Raffinerien. Eins. Zwei. Drei. Da brauchen wir noch einen, ne? So. Jetzt brauchen wir die hier wieder. Das war ja das effizienteste Design, was wir herausgefunden haben. Beziehungsweise was ihr auch gesagt hattet. Effizienter geht es wohl nicht. Oh, da fehlt noch einer. Hier muss natürlich auch einer hin. So. Und dann müssen da zwei hin. Komm her. So. Und so. Zwei. Eins. Die müssen jetzt natürlich alle wieder hier in die Mitte zu einem Lager. Auf der anderen Seite haben wir noch genug Platz für die anderen. So. Wir wollen die hier jetzt wieder so einsaugen, dass sie auch da reinkommen. Sagen wir mal, wie kriegen wir das jetzt am besten? Also hier in der Mitte ist ja kein Problem, ne? Dann machen wir so. Ja. Was? Wir machen das genauso. Genauso rum machen wir das. Dann machen wir hier noch zwei. So. Und da machen wir einen. Da müssen wir auch nichts einstellen. Dann tun wir die hier einfach wieder so da drauf und so da drauf. Und hier vorne muss dann natürlich so einer rein, der auch die Kisten weg macht. Und der tut die jetzt hier aufsaugen. Förderband oder Waggongleise. Okay. Ah, da müssen wir das wieder mit der Kante machen. Ich Experte. So. Ah, vertan. Machen wir es gerade so. Und so. Dann kann er jetzt da dran. Bitte einmal einsaugen und hier ins Lager. So. Sehr schön. Das heißt, hier kommt dann unser Eisen rein. Ja. Jetzt machen wir dasselbe auf der Seite hier mit der Kohle. Niemals im Leben wird der Strom reichen. Eins, zwei, drei, vier haben wir da drüben auch, ne? Lassen wir erstmal die vier. Gucken wir mal, wie es wird. Röhrchen. So rum. Raus, 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 raus. Lager dran. Eins, zwei, drei, vier. Bitte raus. Uh, das wird aber eng, du. Das wird eng. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Äh, so. Von hier aus dann einfach hier rum. So lang. So lang. So lang. So lang. Okay. Können wir dann hier so lang machen. Dann hätte ich gerne hier oben reingekommen. So, da musst du wieder eine Türe rein. Also, ich lasse das immer auf Paul, obwohl wir können es auch weiterlaufen lassen. Ist ja kein Problem. Dann kriegen wir vielleicht sogar Geld hier noch ein bisschen mehr. Weil guck mal, unser Geld ist jetzt gleich schon wieder weg. Geld ist gleich schon wieder weg. Das ist Wahnsinn, wie schnell das geht. Okay. Okay. So. Schienen rein hier. Vielleicht müssen wir doch erst normal verkaufen. So. Und dann hier wieder raus. Da muss auch noch die Türe rein. Die T-T-Türe, ne? So. Oh, nicht so. Ein bisschen nah. Ähm. So. Und einfach hier unten dran. So, dass der hier im Kreis fährt. Die brauchen noch Strom. Dann brauchen wir hier jetzt genau dasselbe. Achtung. Wir brauchen niemanden, der das Ganze einsaugt hier. So rum. Ein großes Lager. Gucken, dass wir dran kommen. Jawohl. So. Hier jetzt wieder dasselbe. Röhrchen. Äh, ja. Röhrchen. Genau. Ist auch angeschlossen, ne? Yep. Ist es. Okay. Röhrchen. Unser Kistenmacher. Ähm. So. Jetzt brauchen wir wieder. Äh, 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 äh. Zwo. 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 Ein. Gib mir die hier. Eins, zwei, drei. Die brauche ich. So und so. Zwo. Eins. Zwei. Ein. Ein. Okay, machen wir hier zwei. Jetzt brauchen wir hier noch die Kurve. So rum. Ne, lieber so rum. Soll ja alles gleich aussehen. So und ihn hier dran. Damit er die Kisten weg tut. Gut. Auf der anderen Seite wieder die Kollegen. Mit dem Kran. Rum. Rum. Hier brauchen wir wieder den Sauger. So und ein Lager. So. Das müsste funktionieren. Vielleicht sollten wir das hier jetzt erstmal vom Zug wegbringen lassen. Testen wir das erstmal und dann würde ich sagen, 285.000. Machen wir überhaupt noch Plus. Ich glaube nämlich nicht. Oder doch. Ganz knapp. So. Jetzt haben wir ja Platz hier. Jetzt haben wir ja Platz hier. Jetzt können wir den theoretisch immer so links, rechts, links, rechts hier durchlaufen lassen und das alles hier runter bringen. Das wäre sehr clever. Strom brauchen wir hier auch noch. Den machen wir jetzt erstmal dran. So Fabrik hat Strom. Müssen wir auch noch hier hinten lang. Weil lustigerweise, wenn ich jetzt hier wieder an der Ecke der Fabrik dran gehe, dann zählt das nicht. Die haben trotzdem kein Strom hier hinten. Das ist so Banane. So jetzt haben sie alle Strom. Wunderbar. Das heißt, jetzt könnte ich hier, hier haben wir ja wieder die Farben neu. Genau. Guck. Hier machen wir das Orange. Hier machen wir das Grün. So. Und dann stellen wir jetzt erstmal, würde ich sagen, einen Verbinder hier hin. So. Wir müssen gerade gucken, wie wir das gemacht haben. Nicht, dass ich wieder Käse baue. Wir haben ja nicht so viel Geld. Noch. Zeig mal. Genau. Verbinder, Verbinder. Stahlplatten. Alles klar. Das geht ja easy peasy und schnell. Okay. So. Gucken wir mal. Rit. Wo ist jetzt unser Freund? Der Kombinierer. Setzen wir den mal hier hin. So. Ganz, ganz easy. Brauchen wir die Röhrchen, die kleinen. So rein. So rein. Nehmen jetzt die Farben, die hier reinkommen. Den und blau hatten wir. Nein, grün. Okay. So, hier vorne ein Röhrchen. Können wir das Ganze dann natürlich auch noch weiter hier hochsetzen, dass wir noch mehr Platz sparen. Ist jetzt wieder einfach nur zum Testen. Es sollte aber eigentlich funktionieren. Jetzt nehmen wir noch unsere Station hier. Die fährt dann hier lang. Fangen wir so. Und dann darfst du runter. Und hier darfst du runter. So. Jetzt haben wir hier natürlich wieder Murks gebaut. Machen wir das einfach nur einen Länger. Machen wir gerade die Tore rein. Das wäre hier und hier. Gehen nochmal gerade weg. Und in die Mitte. So, dann hier so in die Mitte. Da durch. Gehen hier durch. Jetzt muss der halt hier entlang. So. Und so da dran. Und von hier nach da. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass die hier auch mit den mit den Krallen beladen werden können. Glaube ich nicht. Lassen wir erstmal neun. Hier haben wir auch ein paar. Neun. Okay. Und hier. Atmen wir mal kurz. So, da kommt schon das Zeug. Erstmal produzieren. Jawohl. Sehr gut. Das gefällt mir. Warum hat er jetzt nicht genommen? Weil er nur jede zweite nimmt. Jetzt nimmt er. Okay. Sehr gut. Der müsste dann gleich das Zeug hier kriegen, wenn die ersten ankommen. Und dann können wir hier schon mal auch direkt neun Waggons reinmachen. Der fährt ja jetzt eh erst hier rum. So. Er sammelt's ein. Er kriegt's. Sehr gut. Kohle kommt auch. Dauert noch ne Sekunde. Sollte eigentlich super passen. Sollte supi dupi passen. Da können wir noch jede Menge mehr Kombinierer machen. Definitiv. Guck dir das an. Da kann man jetzt rein theoretisch diese Straße hier noch drei, vier Mal hier unten hinsetzen. Und die Kollegen einfach hier unten hin machen. Oder wir machen für die eine zweite Fabrik, wo wir dann die raffinierte Kohle und Eisen rüberbringen. Und da dann die komplett produzieren lassen in der Fabrik. Und dann ohne Ende hier alles voll machen. Mit mehreren Zuglinien. Könnte man auch machen. Da kommt der Zug. Wie viel haben wir jetzt hier drin? Nix, 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 nix. Jetzt lädt er ein bisschen voll. Mal gucken, ob der Zug jetzt was mitnimmt. Der müsste ja jetzt eigentlich den hier mitnehmen. Weil er müsste das ja jetzt aufladen. Genau. Guck. Stahl. Vier drin. So. Sechs drin. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel der Zug hier nimmt. Müssen wir auch wieder nach der Forschung gucken. Oh, oh. Oh, oh. So. Komm. Mach voll. Ah. Reicht wohl noch nicht. Reicht wohl noch nicht. Enthält sechs von 16. Man müsste das ja eigentlich hier unten dann wieder abgeben. Guck mal. Auf der anderen Seite kann man sogar noch eine zweite Linie machen. Das ist super. Das ist echt super. Jetzt guck mal, wie voll das hier schon ist. Das heißt, wir könnten echt ohne Probleme noch einen zweiten nehmen. Weil da ist auch alles voll. Wir nehmen gerade die Forschung hier. Dass die auch mal wieder weitermachen können. Und dann müssen wir gucken, wie wir den Goldtreibstoff und so herstellen. Das ist dann das nächste Ziel. Wir brauchen ja eben Millionen von Forschung. Zug kommt noch. Könnten wir jetzt vielleicht mal erforschen hier. Der war hier, ne? Minus fünf Sekunden Zugintervall. Mach mal mal. So. Lass die hier was schneller kommen. Der ist voll. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob wirklich immer ein Turm mit 16 dann komplett unseren Zugwaggon voll macht. Das wäre nämlich sehr nice. Das wäre sehr, sehr nice. Da müssen wir hier auf jeden Fall noch mehr machen. Das reicht ja hinten und vorne nicht. Der eine. Mit dem hier, da können wir locker noch einen dran machen. Ohne Probleme. Ohne Probleme. So. Oh, der wird wieder voll gemacht. Das war's. Zu viele hier. Viel zu viele Waggons. Jetzt machen wir kaum noch Gewinn. Aber wirklich kaum noch. Naja, egal. Wir wollen jetzt nur gucken, wenn der Zug kommt. Ob der den wirklich voll macht. Und dann bin ich gespannt. Das hier ist definitiv zu viel. Da könnte man wirklich noch Kohle einfach so wegbringen. Schon voll. Uff. Im Eisen. Guck, die Waggons sind auch voll. Da könnten wir echt hier noch eine Fabrik machen. Und dann das Eisen so wegbringen. Oder einfach hier das Roheisen hier hinten nochmal einladen lassen. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Da kommt der Zug. Hopp, hopp. Wir wollen jetzt sehen, ob er den voll macht. Zwei haben wir auf jeden Fall schon voll. Die sind ja auch nicht so schnell wie die LKWs. Die kommen nicht so oft. Muss man dazu auch sagen. Bin ich mal gespannt. Er müsste das eigentlich ohne Probleme laden. Inhalt zerstören. Er ist auf. Überträgt Ressourcen aus dem Silo in vorbeifahrenden Eisenbahnwaggons. Enthält 16 Kisten eines bestimmten Ressourcentyps. Das heißt, er müsste jetzt den Stahl hier einladen. Weil voll. Yes, tut er auch. Sehr gut. Gut, sehr gut. Guck, alle 16. Bis er voll ist. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Und halbvolle hier anscheinend nimmt er nicht. Wie wir sehen. So, komm. Mach voll. Mach schon mal zwei Züge hier. Geil. Lass uns mal gucken. Nimmt er den halben auch noch? Nein. Schade. Also immer nur komplett volle. Müssen wir uns merken. Bin mal gespannt, wie viel das ist. Das sind jetzt 32 Einheiten. A 13 Kilo. Also es ist wieder eine ganze Menge mehr. Mal gucken. 9.480 war der Rekord. Hier unten müssen wir auch noch gucken. Das müssen wir uns mal ordentlich machen. So, 7228, 436. Das ist doch schon mal nett. Das ist schon mal nett. Auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Gut. Dann wissen wir, dass das Ganze funktioniert. Müssen wir es nur noch ausbauen. Wenn du Verbesserungsvorschläge hast, hause in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls es noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede. Ich sag wie immer.